Real Madrid will Jude Bellingham. Das wissen wir mittlerweile alle. Aber die Königlichen wollen ihn so dringen, dass sie laut Sky wohl sogar bereit sind, nicht nur Geld nach Dortmund zu schicken, sondern auch Eduardo Camavinga. Für den 20-jährigen Franzosen hatte Real Madrid erst 2021 31 Millionen Euro ans Startrennen überwiesen. Sollte er also Teil eines möglichen Bellingham-Deals werden, könnte es Real eventuell sogar gelingen, die Ablöse unter 100 Millionen Euro zu drücken. Was sagt ihr? Camavinga plus Kohle für Bellingham? Ein guter Deal für den BVB?